Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Diktators No Peace. Ja, hier sind wir wieder. Wir haben einen sehr großen Teil der Welt schon übernommen. Jetzt bleiben nur noch Australien, einmal hier ganz Asien und Afrika. Dann hätten wir alles. Ja, das wären wahrscheinlich die letzten zwei Folgen. Ich werde nämlich Zeitraffer machen, genauso wie hier. Ja, Afrika muss leider zuerst dran glauben. Dann ist in der nächsten Folge Asien dran. Und ich werde eigentlich nicht weiter drum herum reden. Hier gibt's jetzt gleich den Zeitraffer. Und dann... ... Vielen Dank. 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 Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.